Was ist los ey? Oh mein Gott, ich hasse dich Fabio. Ja, aber du bist... Sorry, dass ich das jetzt... Nein. Also... Ich weiß, dass ich behindert bin. Okay. Aber wer tut einen Scheißnapp neben einer Couch? Wer? Wer? Einen Couch, Bruder. Meilo. Ab hier. Meilo. Hä, ist das... Ist die untere Tonspur auf meine Tonspur? Komm mal her. Du rammelst mich an. Ich finde, du zwischen die Stühle fällst. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute habe ich einmal den lieben Fabio am Start. Und die liebe Sarah... Das war das Schlechtste. Wie finde ich das eigentlich immer gesagt? Habt ihr das geplant? Nein. Ach so. Das war spontaner Witz. Ich weiß, dass das rauskommt. Auf jeden Fall ist das der liebe Massimo. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Ich habe ihn schon öfters mal auf Instagram gepostet. Er ist ein Sänger. Er macht singende Videos. Ich mache singende Videos. Er macht einfach Kameras im Auto. Genau. Im Auto. Und eigentlich darf man den nur so filmen. Aber jetzt gerade... Ja. Genau. Richtig. Schaut einfach mal gerne vorbei. Heute machen wir wieder mal die Challenge. Sing den Song weiter. Deswegen will ich sagen... Steh auf die auf die Laufsdruck. Alles klar. Ich fange an. Lass mich selber probieren. Was mit, hä? Apaccia mein Fleisch. Wir haben extra den Massimo übrigens dabei, damit es schwierig... Damit... Damit wir einen Schwierigkeitsgrad haben. Denn die letzten zwei Male liefen so gut. Wir müssen das noch ein bisschen erhöhen. Musik, bitte. Das Verarschen. Nö, aber es war gut. Ich hab da gerade so ein Gefühl. Und ich hoffe, es ist real. Herzschlag geht zu dem Beat. Es ist wie Magie. Ist doch gut, oder? Halt die Welt kurz an für den Augenblick. Keiner fand ich glauben, was hier gerade passiert. Alles wie im Film und ich glaub das nicht. Ich bin heute noch mit dir. Dir. Niemals hinbekommen. Niemals. Ein Punkt. Danke. Danke. Ich will noch mal kurz was sagen. Ich kann kein Englisch. Und ich kann so oder so kein Lied auswendig. Ich bin halt nur hier da, um lustig zu sein. Mehr brauch ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Und ja, los geht's. Warum tust du mir das an? Ich weiß schon. Bruder ich muss los. War das gut? Ja, jetzt bin ich schon mal gespannt. Noch weiter? Ja. Du musst weiter singen? Nein, das war ja! Du musst weiter singen! Noch weiter? Kick me out! Das ist einfach komplett unfair. Hast du nicht gesagt, dass mit uns beiden helft für die Ewigkeit? Hast du nicht gesagt, egal was kommt, egal den Weg zu zweit? Warum muss ich ja hier nur sitzen? Na, das ist eine Kleinigkeit. Okay, kannst du ein bisschen weiter machen? Das mit uns beiden live helft für die Ewigkeit. Sorry. Ich kann dieses Lied eigentlich eh nur noch auswendig. Warte. Kannst du kurz nur einfach vorspulen? Irgendwo vor. Ich kann das. Vorgerappt. Scheiß drauf, Alter. Mach mal Englisch los. Lass mich gucken. Ich verstehe. 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 Das ist ein Punkt. Sag mal ehrlich. Delicate? Sag mal das. Du hast immer so fast. Das ist ein Punkt. Du hast total ausgedrückt. Ja, ist mir egal. Das ist mein Punkt. Ich kann kein Englisch. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Warte, ich habe noch Pommes im Mund. Bist du nervös? Nee. Du? Wie gibt's? Schupe? Ja, you got that young, sweet old. awl crisp. Das war ne scheiß Stelle. Egal. Der nächste Mal. Geld kommt. Geld kommt. Geld geht. Die Millionen kommen. Das ist jetzt ein Freestyle. Zu viel Scheine. Okay, Leute. Das war jetzt kein Punkt. Aber ich weiß, worum es ging. Was hast du dir gedacht? Wo warst du gestern Nacht? Ich war wieder ohne dich. Keine Ahnung. Ich hatte keinen Schlaf. Boah, auf jeden Fall. Deutschrap ist genau mein Ding, Alter. Genau, genau. Das war jetzt. We can't come through the phone. And I know it makes no sense. If you wake out the door. It's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months for some reason. But I can't get over so stronger than me. I can't get over so much. Oh, warum hab ich den Song nicht bekommen? Hat gefällt, ja? Shang Shang Shang. Schatz? Nein, was Englisch. Nein, nein, Englisch. Warum fickt ihr Kopf? Kopf, ich tag Gucci Sandalen. Nicht ficken. Nein, kann ich auch nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Nein, nein, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist Spanisch, Bruder. Nein, ich kann es auf gar keinen Fall. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wenn du deinen Herz goll hast, Nein, ich war mir nicht. Sie war mir nicht. Worse sind die Leute etwas anfangs. Ich war mir nicht. Ich war mir nicht. Und ich war mir nicht. Maar sie haben mir nicht, okay. Ich war nicht. Kaffee. Ich bin raus. Ich kann kein Englisch. Weiter kann ich nicht. Ich kann nur wie im Traum. Ich glaube wir drehen das Video heute noch bis zwölf. Ich weiß nicht, dass ich verliere. Ich hab ein million million dollar smile. Das Geld, die Roll, die alles meinen. Die Geschäfte laufen von allein. Ich hab ein million million dollar smile. Nein, das war nicht gut. Wie viele soll ich noch machen? Ich bin schon beim vierten Lied. Komm, mach noch eins. Boah. Bin schon so weit geschwommen durch meterhohe Wellen. Hab die Strömungen ertragen wie ein Held. Doch das Überleben. Nee, warte. Warte, warte. Das Überqueren. Das Überqueren der sieben Weltmeere. Oder? Schaff ich nur mit dir. Ja, genau. Erste Zeitpunkt. Ich hab ja schon viel gesungen. Boah, ihr habt mich echt hochgenommen. Ja, mit fünf Liedern. Habt ihr so einen schiefen Ton gehabt? Ja. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Sie sagen, die B 가�� GOD im mor际. Ra�k sind, raar01. Sie sagen, die Gingheit geht. Gingheit. Wir prosecutor sie sagen die Aff constitute, dass sie auch noch im Liedern. Sch rest Mit ihnen Roxanne, never gonna do me what it's alright. Das ist ein Punkt. Das ist ein... Das interessiert keiner. Mach bitte Pietro B. Pietro B. Tivoglio. Was ist das denn? Ich kenn das gar nicht. Okay, ich krieg einen Punkt, wenn ich nur dieses... Wir will always love you. Love you. Okay Leute, bei mir ist jetzt das letzte Lied. Das war jetzt ein bisschen Spaß. Jetzt kommt wirklich das... Jetzt kommt das letzte Lied. Das war jetzt das letzte Lied. Ja, ich wollte mich schonmal現 und ich bin... Ich bin das Frau... Das siehst du... Ich bin der Tag in Ordnung. Ich bin der Tag in der Situation... Und du willst mich nicht, du gibst... Ich weiß ich dich besser... Ich kann dich besser... Ich kann dich. Ich kann dich... Ich kann dich überhaupt ein Mädchen. Ich kann dich einfach... Ich... Woh! Ich kann dich besser... Woh! Woh! Danke Leute! Ich hab gewonnen! Ah nein, ich hab schon einen Text gemacht, oder? Nein. Ah nee, warte. Ich fand dich am besten. Ich fand dich auch am besten. Danke, ich auch. Auf jeden Fall war's das mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, gebt den Video einen Daumen nach oben. Und checkt deren beiden Seiten ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu! Adieu!